Wir hören nämlich immer die Geschichte, dass der ganz viel Gutes getan hat und dass er Anziehsachen und andere Sachen und so durch ein Fenster von dem Haus von armen Leuten geworfen hat und dann Klumpen Gold. Also wenn ich dieses Wort höre, dann denke ich an die Geschränke, was er bringt und an den Rot, was er trägt und an den goldenen Storch, an den Bart. Er bringt Geschenke aus, trägt eine rote Mütze und hat sehr viel Gutes getan. Verratet mal, wem wir meinen.